Gerne möchten wir Ihnen einen kurzen Einblick in den Fachbereich Menschen mit Behinderung des Paritätischen Baden-Württemberg geben. Der Fachbereich hat aktuell gut 250 Mitgliedsorganisationen und ist unterteilt in vier Referate. Zentrale Ziele des Fachbereichs sind die Förderung der gleichberechtigten Teilhabe der Menschen mit Behinderung und der Menschen mit psychischen Erkrankungen, die Unterstützung und Begleitung der flächendeckenden Umsetzung und Anwendung des Bundesteilhabegesetzes auf Grundlage des Landesrahmenvertrags SGB IX und die sozialpolitische Vertretung von Interessen paritätischer Mitgliedsorganisationen. Unser hauptamtliches Team im Fachbereich besteht aktuell aus drei Mitarbeitenden, nämlich aus mir. Mein Name ist Michael Trenkle, ich bin zuständig für die Bereichsleitung und für die Referate Soziale Teilhabe Menschen mit Behinderung und das Referat Frühförderung Kinder und Jugendliche mit Behinderung. Ja, ich bin Sven Reutner und ich bin Referent für die Bereiche der Sozialpsychiatrie. Ich bin Heike Händel und zuständig für das Referat Teilhabe am Arbeitsleben. Wir im Bereich für Menschen mit Behinderung, wir unterstützen, beraten und begleiten unsere Mitgliedsorganisationen in allen Fragen der Eingliederungshilfe, vor allem jetzt gerade zum neuen Bundesteilhabegesetz und im Landesrahmenvertrag. Eine weitere ganz zentrale Aufgabe ist die sozialpolitische Lobbyarbeit, die wir in ganz unterschiedlichen, relevanten Gremien der Eingliederungshilfe auf Landesebene ausüben und dort engagiert sind. Wir vertreten die paritätischen Interessen innerhalb der Liga und natürlich auch unsere baden-württembergischen Interessen in den entsprechenden Gremien des Gesamtverbands, des Paritätischen in Berlin. Zusätzlich pflegen wir wirklich regelmäßigen Kontakt zu den Vertreter und Vertreterinnen der demokratischen Parteien, die im Landtag vertreten sind. Wir wollen, dass Menschen mit Beeinträchtigungen selbstbestimmt leben, wohnen und arbeiten können. Wir fordern und unterstützen die gleichberechtigte Teilhabe aller am gesellschaftlichen Leben, in allen Lebensbereichen und in jedem Lebensalter. Hierfür engagieren wir uns sozialpolitisch auf Landes- und Bundesebene sowie in den Regionen vor Ort. Und wir machen uns stark für Rahmenbedingungen, die freie Wahlmöglichkeiten und gleichberechtigte barrierefreie Zugänge ermöglichen. Ja, und weitere Informationen, unsere Kontaktdaten, hilfreiche Unterlagen und alles Weitere rund um die Eingliederungshilfe und den Fachbereich Menschen mit Behinderung finden Sie auf unserer Homepage. Kommen Sie bei Fragen sehr gerne auf uns zu, auch mit Anliegen oder Unterstützungsbedarf. Wir freuen uns sehr auf Sie. Ich freue mich auf你. Vielen Dank.